Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Wollduser. In dem heutigen Video häkeln wir gemeinsam so Topfuntersetzer. So sieht das Ganze aus. Das sind alles so umhäkelte Ringe. Ihr braucht dafür nicht viel. Also ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr das als Topfuntersetzer benutzen wollt, Holzringe verwenden und Baumwolle. In meinem Fall, ich benutze hier 50 Gramm auf 170 Meter und häkel das Ganze mit einer 2,2 Häkelnadel. Ihr könnt natürlich auch hier eine 2,5er Nadel nehmen, wenn ihr diese Größe halt nicht da haben solltet. Wir brauchen da natürlich noch eine Nadel und eine Schere. So, das sind alles einzelne gehäkelte Ringe. Es ist super leicht zu machen. Ich habe jetzt hier schon welche vorbereitet. Also ihr braucht insgesamt neun Stück dafür, also neun Holzringe. Und ich habe jetzt mal hier ganz viele in, ja, ganz verschiedenen Farben gemacht. Das sind alles so ziemliche Wollreste, was ich hier so zu Hause hatte. Also das könnt ihr, ist ein super Projekt, was ihr abends so vom Fernseher gerade diese Ringe hier umhäkeln könnt. Ich habe jetzt hier meine 8 Stück schon vorbereitet. Ich zeige euch jetzt gerade noch hier, wie ich das mache. Also das macht ihr alles einzeln, ne, das habt ihr jetzt gerade gesehen. So, Moment, dann fange ich hier heute mit Gelb, mache ich jetzt weiter. So, um diesen Ring zu umhäkeln, machen wir uns hier eine Schlaufe in unsere Wolle. So, dann halten wir uns das hier so an. Und jetzt stechen wir immer einmal so durch diesen Ring, holen uns den Faden, dass wir hier zwei Schlaufen haben und maschen das Ganze zusammen ab. Also es sind einfach ganz normale, feste Maschen. Umhäkeln wir hier diesen Ring, diesen Anfangsfaden, den könnt ihr ruhig ein paar Maschen lang mitlaufen lassen. So, dann brauchen wir den später nicht zu vernähen. So, dann lasst ihr den einfach hinten so weg, den kann man dann später abschneiden, wenn ihr den ein paar Maschen lang mit eingehäkelt habt. So, dann könnt ihr euch das also, ja, so ein bisschen nach unten ziehen, dass das Ganze ein bisschen schöner, also so fester wird, dass das Maschenbild fester wird. Ja, und so umhäkelt ihr jetzt hier komplett einmal diesen Ring. So, wenn ihr dann hier einmal komplett rum seid, dann stechen wir hier in diese erste Masche wieder ein und machen uns eine Kettmasche. Jetzt lasst ein längeres Stück Faden und schneidet das hier ab. Das brauchen wir nachher noch zum Vernähen. Hier dieser Anfangsfaden, den schneiden wir uns jetzt einfach ab. Den haben wir ja ein Stück mit eingehäkelt. Das brauchen wir jetzt nicht extra zu vernähen. So, jetzt holt ihr euch eure ganzen Ringe, wenn ihr die dann habt. Und jetzt nähen wir die halt hier zusammen. Solltet ihr jetzt alles in einer Farbe machen, da gibt es auch eine Technik, das zeige ich euch demnächst in einem Video, wie ihr alle, also alle Ringe hier direkt miteinander verbindet, einfarbig. So, jetzt in meinem Fall hier mit diesem bunten. Jetzt ordne ich mir das erstmal so an, wie mir das ungefähr halt hier gefällt. Ja, ich denke, so wird das ganz niedlich in diesen Farben, ganz bunt. Und jetzt nähen wir das Ganze hier zusammen, ja. Bei dem ersten könnt ihr den Faden einfach vernähen. So, das ist jetzt mein erster Ringel. Da könnt ihr einfach hier mit dem Faden so gerade so einmal so unten dran durch und das Ganze abschneiden. So, das ist unser erster Ring. Jetzt hole ich mir hier den zweiten. So, jetzt stechen wir hier in unseren ersten Ring ein, ziehen uns das Ganze. So, und ich mache das jetzt so, dass ich immer so, ja, zwei bis drei Maschen hier, ne. So, so gerade mit geraden Stichen hier zusammennähe. So, dann könnt ihr hier wieder einstechen, dass hier so eine Schlaufe entsteht. Und dann gehen wir mit der Nadel einmal hier durch diese Schlaufe und dann haben wir hier schon das erste Knötchen. Ich führe die Nadel dann auf die andere Seite, hier hin und mache das Gleiche auch hier. Einmal so durch diese Schlaufe, dass sich hier einen Knoten bildet. So, dann hält das später auch super. So, dann gehen wir mit der Nadel noch einmal so ein bisschen hin und her. Ja, und vernähen uns den dann einfach so wieder ein bisschen hinten durchziehen und das Ganze dann abschneiden. So, da haben wir schon zwei Ringe aneinander. Das Gleiche macht ihr jetzt mit dem gleichen Prinzip, auch hier jetzt mit dem dritten. Den setzen wir jetzt genau hier gegenüberliegend an, ja, dass das eine Linie ist. So, wenn ihr dann hier diese Ringe miteinander verbunden habt, geht es direkt weiter mit der zweiten Reihe. Hier setzen wir, hier haben wir die Verbindungsstelle, dann holen wir für unsere nächste Reihe, setzen wir das einmal hier an, ja, dass wir hier runterkommen. So, dann drehen wir das um und dann seht ihr, das müssen wir ja hier auch wieder diese Reihe runter und wir müssen hier dran uns verbinden, ja. Ich habe jetzt hier mal das Ganze so hier schon festgenäht, also einmal hier diese drei, dann die zweite Reihe hier und mit dem pinken habe ich dann hier unten das Ganze, ja, verbunden. Dass wir jetzt hier an dieses Grüne kommen, drehen wir uns das Ganze einfach um. So, und jetzt schummeln wir uns hier durch. Also, ich finde es funktioniert so am besten. So, ich ziehe mir jetzt diesen Faden immer hier hinten so genau zwischen Ring und den Faden hier ziehe ich mir das hier entlang. So, dass ich ungefähr hier seitlich wieder rauskomme, ja, als bin ich hier für Richtung das Grüne. Dann kann man das Ganze wieder umdrehen und wir verbinden nun dieses Grün miteinander. So, und das, ja, das nähen wir jetzt hier im gleichen Prinzip an, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben. Immer mit diesen drei, vier Stichen, das genügt schon. Und immer halt diese kleinen Knoten noch setzen, rechts und links, dann seid ihr auch wirklich sicher, dass euch hier, ja, nichts aufgeht. Dann hält das Ganze ganz schön. So, jetzt ziehen wir hier noch den Faden durch, gehen wir einmal hier noch rüber auf diese andere Seite, machen uns hier auch wieder diese Schlaufe und diesen kleinen Knoten halt, so, und vernähen uns diesen Faden. So ein bisschen durchziehen, das reicht. Umdrehen, Faden abschneiden, so, und schon haben wir das hier auch prima miteinander verbunden. Und nach dem gleichen Prinzip arbeitet ihr jetzt komplett weiter. Also das Blau, wir starten das hier, schummeln uns hier wieder durch bis hier hinten auf diese Seite und nähen das Ganze noch hier fest. Mit der nächsten Runde, mit dieser dritten Runde, verfahrt ihr genauso im gleichen Prinzip weiter. Ihr setzt hier oben an, dann hier mit euren nächsten Ringel und dann hier mit dem letzten Ring. Da habt ihr dann alle Teile miteinander verbunden, habt ihr hier einen super coolen Topfuntersetzer. Also hier in diesen ganz bunten Farben gefällt er mir jetzt persönlich auch total klasse. Ich habe auch noch hier welche, also einen gemacht mit verschiedenen Rosatönen. Also, ja, der sieht in echt noch schöner aus, wie jetzt hier unter der Kamera. So ganz klasse. Ja, in bunt, in einfarbig, total niedlich. Ihr habt ein super, ähm, ja, eine super Küchendeko. Ähm, das eignet sich aber auch ganz hervorragend für zu verschenken, ne? Also, wenn ihr irgendwo auf dem Geburtstag oder so seid, also eingeladen seid, und ihr, ja, ihr häkelt so einen coolen Topfuntersetzer, so, das gefällt jedem, ne? Das ist total klasse. Ihr könntet jetzt auch noch hingehen und mit irgendeiner Wollefarbe, wie euch gefällt, könntet ihr jetzt auch noch hier oben an einem Ring einfach hier ansetzen neu und eine Luftmaschenkette in der Größe, wie ihr eine Schlaufe haben wollt. Gerne einfach dran häkeln, das Ganze verknoten und dann könnt ihr sogar diese Topfuntersetzer aufhängen, ne? Also, ja, das war heute mal wieder so was klitzekleines für zwischendrin von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf das nächste Video. und, äh, ja, die ganzen Links und sowas, wo ich meine Holzringe herhabe, mache ich euch unten alles wieder in die Infobox. Habt einen schönen Tag, bis bald, tschüss!